Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Wir haben natürlich gleich die aktuelle Meldung für Sie. Ganz wichtig, es kommt hoher Besuch nach Frankfurt oder und zwar zum Thema, ganz klar, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Da möchte man sich was anschauen. Wer kommt, das gibt es gleich in unseren Nachrichten, aber noch zu unserem Programm. Eisenhüttenstadt ist ja so eine Art Filmstadt und da gab es eine lange Diskussion, einen Talk zu diesem Thema. Es sind Fachleute eingeladen worden und zwar das Dockzentrum in Eisenhüttenstadt hat eingeladen. Das möchten wir Ihnen nochmal zeigen und nun gibt es die aktuellen Meldungen des Tages.